Da sind wir wieder, aber es ist seitdem schon wieder zwei Tage vergangen. Die Maschinen standen auf dem Hof, es ging nichts. Ich kam an und es regnet. Gucken wir uns das jetzt mal an. Oh ja, das sieht schon deutlich besser aus. Jetzt müssen wir noch ein bisschen die Haspel feststellen. Ich habe den Schnittwinkel umgestellt bzw. umstellen lassen. Leider Gottes habe ich mir mein Kühlersieb auf der Herfahrt zerbrochen. Wahrscheinlich Baum, Ast, irgendwas in der Region. Das tat natürlich weh. Jetzt sind wir wieder 1000 Euro leichter. Das Geld müssen wir immer noch 5 Hektar machen. Ein paar habe ich hier schon gedroschen, dann haben wir das schon mal verdient. Aber es ist schon mal besser jetzt mit dem Schnittwinkel. Es ist deutlich besser auf jeden Fall als vorher. Ein bisschen schwierig ist von dieser Seite immer noch, weil es liegt weg von mir. Das ist das große Problem. Es liegt einfach weg von mir. Aus der anderen Richtung geht es eigentlich hervorragend. Getreide kommt schon mal an, 19% Feuchte, die wir jetzt hier anfangen. Der Betrieb hat noch trocknet in der Halle. Wie gesagt, wir fangen jetzt erst mal auch nur an. Soll im Laufe des Tages heute deutlich trockener und windiger werden. Jetzt muss ich die Haspel natürlich eigentlich weiter vorne fahren, dann wirft er das nicht mehr richtig rein. Mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Aber es sieht schon mal deutlich besser aus mit dem Schnittwinkel. Wir haben ungefähr einen Zentimeter vorne bei mir am Schrägförderer reingeklappt. Jetzt geht es auch. Wir haben 13% Rohprotein, Rohasche 2%, Rohfett 2%. Also jetzt geht es auch. Ich hatte auch Ablagerung von der Erbse am New Sensor, deswegen ging der nicht. Aber jetzt funktioniert das. Ich habe auch ein bisschen Glück. Nebenan, zehn Kilometer weiter hat es gerade geregnet und da steht der andere Betrieb, mit dem ich zusammen den 8er X habe und ich darf den mitnutzen, keine fremden Lorbeeren. Der steht da mit seinem X9 und der kann gleich herkommen, weil die können da nicht dreschen. Von daher kann er mir helfen hier. Mal gucken, wie es aussieht. Jetzt fing das hier an schon zu nieseln, er ist aber auch wieder dieses Jahr ein Mist. Es sollte eigentlich nicht regnen, ab heute Morgen strahlender Sonnenschein, es sollte warm werden. Ich habe jetzt Gott sei Dank hier einen Betrieb, der jetzt sagt, wir fahren jetzt erstmal trotzdem weiter, der trocknet ja noch ab. Wir haben jetzt hier feuchte 18%, wir haben auch hier mit 18% angefangen. Was ich euch noch erzählen wollte, hier ist gleich noch ein X9 auf dem Weg zu mir von einem Bekannten, der kann da heute gar nicht dreschen. Der hilft mir hier, ich helfe ihm am Ende und bin super gespannt, wie der mit den fast 14 Metern mit diesem Draper-Schneidwerk das Lager hochbekommt. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder hat er noch mehr Probleme als ich oder der fährt hier durch wie ein Held. Aber das macht es natürlich sehr schwierig hier die ganzen Bedingungen. Das Problem ist, der Bestand ist sehr kurz, dadurch liegt er auch sehr tief und ich kriege den auch wirklich sehr schlecht aufgehoben. Wir haben hier auch ein bisschen kopiertes Gelände, ich weiß nicht, ob es gepflügt war oder nicht gepflügt, wo es herkommt, aber wir haben hier schon einen 5 cm Unterschied vom Boden. Das heißt, hier in der Mitte, wenn ich hier tiefer gehe, schiebe ich hier Erde auf und rechts und links komme ich aber wirklich gerade so drunter und das macht es halt schwierig. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen tiefer gehen, vielleicht hätte ich den Schnittwinkel noch mehr, aber dann ist natürlich, wenn ich dann tiefer mähen will, dann pieken irgendwann die Ehrenheber im Boden und man muss sagen, das ist auch eine kleine Schrauberei, also das hat schon 20 Minuten mit dem Schlagschrauber gedauert, den Schnittwinkel hier zu verstellen. Daher kriege ich leider nicht alles hoch, obwohl ich das gerne möchte, aber ich habe auch wirklich, das Stroh ist noch ein bisschen klamm, ich habe auch wirklich zu tun, das vernünftig aufzuheben und das dann sauber abzuschneiden. Das sind dann die Probleme von diesem Jahr für die Leute, die natürlich nicht regelmäßig was mit der Landwirtschaft zu tun haben, also die Wetterung, das macht das Stroh natürlich mürbe und irgendwann legt es sich hin und dann, wie ihr hier seht, ist es nahezu verloren, also du bekommst es ganz schwer hoch. Das soll der Riesenvorteil der Draper-Schneidwerke sein. Der nächste Vorteil ist, wenn ich jetzt die Haspel, kann ich mir mal zeigen, wenn ich die weiter nach vorne mache, dann kriege ich es ja relativ gut hochgekämmt, aber dann habe ich bei ganz kurzem Material Probleme, dass sich das Material nicht mehr reinschiebt ins Schneidwerk, weil es ja relativ stumpf und noch leicht feucht ist das Stroh und dann kriege ich da so einen Haufen und teilweise wird es dann auch nicht richtig abgeschnitten, das heißt, wenn es ein bisschen trockener wird, dann geht es wohl, dann kriege ich das auch besser aufgehoben, weil ich dann wirklich vorne auch mit mehr Haspel Einsatz fahren kann, das heißt, das runde Ding, was da vorne dreht, kann ich dann vorne ein bisschen mehr kämmen lassen, aber das geht gerade gar nicht so gut. Das sind einfach die Probleme, aber wir wollen es nur langsam abkriegen, Samstag ist wieder Regen gemeldet. Ich bin auch froh, dass wir jetzt hier einen Betrieb haben, der sagt, da haben wir schon, dass die Erde da aufschiebt. Meistens ist es so, und dann müssen wir auch rausgehen und das runterkratzen, meistens ist es so, entweder ist da eine Bodenwelle, die das dann aufschiebt oder es fängt meistens an, das wird nicht richtig abgeschnitten, ach Quatsch, die Taste nicht die, es wird nicht richtig abgeschnitten und dann schieben sich die Pflanzen auf, die schieben die Erde auf und dann haben wir am Ende hier Erde drauf. Und dann ist natürlich das Problem, was wir haben, dann ist die Erde halt noch extrem feucht, weil hat ja Tage lang drauf geregnet, das heißt, die backst auch richtig gut, die klebt auch richtig schön an den Messern und das sind die Herausforderungen, die wir halt hier aktuell haben beim Dreschen. Ich habe dann halt versucht, wenn die Bedingungen nicht so ganz perfekt waren, mir irgendwie ein bisschen stehendes Material zu suchen, aber das ist inzwischen alles so durchwachsen hier. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, jetzt hier meine kleine Lohnerreise bzw. meine Reise vom Mähdrescher hier jetzt ein bisschen häufiger zu filmen, also jeden Tag eigentlich ein Video daraus zu machen, dass ihr Up-to-Date seid und das ihr das Ganze so ein bisschen miterlebt, welche Probleme ich hier jeden Tag erlebe. Jetzt hat es hier ein bisschen raufgeregnet, das Korn ist nach wie vor trocken geblieben, es ist immer noch 18, aber das Stroh ist jetzt nass und das ist halt auch ungünstig. Ich fahre jetzt hier einmal mal geradeaus, versuche da mal mein Glück, gucke mir da mal den Bestand an, ob der da besser ist oder nicht besser ist. Wenn ein Lager von der Seite kommt, geht es fast am besten, aber dafür ist es hier fast ein bisschen zu kopiert, dass ich sagen kann, okay, ich komme jetzt so von der Seite oder von der Seite, dann ist das Stück hier, gut, das ist hier relativ kurz, aber es ist eigentlich super lang, das heißt, ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, fahren wir nur einseitig und dann fahre ich da, sagen wir mal, fast einen Kilometer in die andere Richtung und dann geht es weiter. So weit, so gut erstmal, das ist hier erstmal mein Update vom Dreschen, gucken wir mal nachher, ab 14 Uhr soll die Sonne rauskommen, hoffentlich bleiben wir dann weitestgehend verschont mit dem Regen, bis später! Da sind wir ein paar Stunden weiter und wir haben uns durchgequält, ich weiß nicht, hier muss man Musik leise machen, wir haben uns durchgequält, die Sommergerste ist ab, da haben wir uns aber alle ganz schön gequält, auch der X9. Wir sind im Winterweizen, wir haben hier 3,3, 3,5 Tonnen auf dem Hektar, hier ist sehr, sehr viel Stroh, ist auch teilweise noch sehr zäh, also seht ihr selber, na gut, hier ist jetzt eine blöde Stelle, die ganze Zeit ist wirklich gut, also sehen wir gleich nochmal. Fazit von heute ist, das Draper Schneidwerk macht auf so speziellen Bedingungen, wie wir in der Wintergerste, in der Sommergerste das heute gesehen haben, einen krassen Unterschied, also der konnte einfach mal 7, 8, 9 kmh fahren, während ich maximal 5 fahren konnte, weil das Schneidwerk sich vernünftig anpassen musste und also das ist schon ein krasser Unterschied. Ihr seht, das wird gleich noch höher, ich hole euch gleich nochmal dazu, wenn es richtig hoch ist. So, weiter geht's, also ihr seht, es ist schon viel, viel Stroh, wie ihr da seht und auch hier, jetzt ist gerade der Bestand ein bisschen dünner und das wird jetzt schon ein bisschen klamm, weil heute auch den ganzen Tag nicht richtig so perfekt trocken, wir haben jetzt hier die 14,8% Feuchtigkeit, Rohprotein geht es jetzt teilweise bis 11 hoch, für Bio, ja. Jetzt ist ja hier ein bisschen dünner, aber gerade nachher da oben den Hang hoch, Junge, 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 ist ja solide und ich kann jetzt hier ein bisschen was auf Schwatt legen, 10 Hektar soll ich hier auf Schwatt legen und als ich den Häcksler eben noch dran hatte, Junge, Junge, 3,8-4 Kama ist das Ende und das ist auch schon wollig, das Stroh, wenn man das da sieht, es liegt schon so ein bisschen oberhalb oben drauf, das ist schon so ein Indikator, dass das Stroh halt schon feucht wird und auch feucht noch ist. Da wird auch wieder ein ganz bisschen Erde drauf gezogen, so ein Ärgernis aber auch hier. Das müsste aber gehen, das musst du eigentlich wegkriegen und das macht es natürlich auch schwierig jetzt hier so zu dreschen, wie ihr seht. Jetzt hier, wo die Trockenheit war, da haben wir wieder jetzt hier gleich nur noch Köpfe drin, da müsste ich den Tisch natürlich auch ein bisschen weiter reinfahren und jetzt wird der Bestand gleich immer höher, weil dann immer mehr Wasser rein kam und demzufolge muss ich immer langsamer werden. Es macht sich auch ein bisschen schwierig mit einer Automatik hier zu fahren, dass er automatisch die Geschwindigkeit steuert, muss man ehrlich sagen, weil, ihr seht, hier wird immer mehr, immer mehr, immer mehr Stroh und selbst mit Schwattablage gehe ich dann hoch auf 90% Motorauslastung und man merkt, das wird schon, das merkt man am Rotor auch am schnellsten, wenn er dann nachher feuchter wird, dann fängt er an zu knurren. Mal gucken, wie lange der X9 fährt, der fährt da drüben, der kommt jetzt gleich auch rum, der macht jetzt die letzte Runde Vorgewende und dann schauen wir mal, ich hole euch nachher noch mal zu in der letzten Bahn vor Schluss oder so, bevor wir den Vlog für heute sozusagen beenden. Da liegt jetzt das Schneidwerk, wir haben 0 Uhr 3 und jetzt fahre ich gerade rückwärts, sonst hätte ich das euch gerne noch mal gezeigt, einen Moment. Ich habe jetzt heute, ich kann nicht sagen, zwischen 45 und 50 Hektar gemacht, der andere ist ja auch noch mitgefahren und wir haben ein bisschen die Flächen gewechselt, von daher kann ich mir das gar nicht so genau sagen. So, machen wir erstmal den Straßenmodus rein, ein bisschen Licht müssen wir uns aber gönnen, das nützt sie nicht. Also, hier haben wir jetzt Weizen gedroschen, 6,7 Tonnen knapp auf dem Hektar und wir haben hier 11% Rohprotein für Bioware, da kennen einige von euch sich besser aus als ich mich und von daher, wir hauen jetzt ab. Das Material war jetzt am Ende auch wirklich, na gut, wir haben jetzt hier einen Rest mit 18% gehabt, aber wir haben auch jetzt wirklich, wirklich Feuchtigkeit gehabt, ich kann auch nach vorne filmen, das heißt, das hat sich ganz schön jetzt am Ende gezogen, wird immer langsamer und jetzt haben wir abgebrochen. Ich habe jetzt die Maschine schon sauber gemacht, ausgepustet hier auf dem Feld, hat heute ganz wenig gestaubt, mein Glück und von daher sage ich danke für diese Folge und jetzt fahre ich aufs Zimmer, ich fahre nicht nach Hause, habe hier gleich ein Zimmer mit dem Kollegen vom X9 und ja, ich denke mal, da werde ich morgen früh den nächsten Vlog beginnen, also bis dahin, macht's gut, schönen Abend noch!